Moins und Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute darf ich mich herzlich begrüßen zu einem Highlight Video aus dem Twitch Stream der heute ablief Ja Freunde und zwar wir haben hier ein richtig krasses gezogen, ihr seht jetzt in Kürze direkt das Video, es ist heute ein kurzes Video, lasst gerne ein Like da, lasst dieses Video sprengen dafür, dass wir diese kranke Karte gezogen haben Es ist ein Totti, ihr seht es schon am Titel Und wenn ihr in Zukunft bei solchen Sachen mit dabei seid, dann checkt den ersten Link in der Beschreibung ab, da ist mein Twitch, lasst gerne ein Follow da, würde mich freuen Kleine Warnung noch für alle, die die Kopfhörer drin haben, macht das Video bitte ein bisschen leiser, sonst könnte es sein, dass ihr danach vielleicht einen Teenie-Tuss habt In dem Sinne, ab dafür So, dann gehen wir rein ins nächste Pack Freunde, dritte Pack Vielleicht jetzt nochmal, oh Back to Back to Back Walkout, Champions League Walkout, ne? Ist das ein Totti? Nein Nein, nein, nein No way, no way, no way Nein, wir ziehen Totti Ich hab gedacht das wäre ein Champions League Karte Wir ziehen sie los der Ehrfreunde Wohohohohohohohohohohohohohohohoh Hoh mein fucking lieber Dusky Let's go, alter What? Wuhuuu Wuhuuu Ja Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen Lass gerne ein Like auf dem Video, da würde mich tierisch freuen Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare was ihr so gezogen habt Kleine Anmerkung, steckt am besten selber kein Geld in FIFA rein Ihr wisst, man zieht nur Scheiße Es war bei mir absolut Glück, dass ich ein Totti gezogen habe Von daher sollte es für das heutige Video schon wieder gewesen sein Kleines Video wollte ich euch gerne mal zeigen Und in dem Sinne, wieder schauen, reingehauen Haut rein, ciao 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 Ciao